Das Schweinchen-Pad ist wieder zurück. Auf Lager. Beim Skimbaron. Sogar in zweierlei Ausführungen. Einmal im Bund, das Design, wie es von früher kennt. Und für die cleanen Leute auch in komplett clean schwarz. 90 x 40 cm, 4 mm dick, vernähter Rand, gummierte Unterfläche. Richtig, richtig schwer, richtig dicker Klopper. Richtig geile Qualität. Eine Trillux Sexy Boy Autogrammkarte zu jedem Pad gibt es auch noch dazu. Nur solange der Vorrat reicht. Auf Skimbaron. Link in der Videobeschreibung. Moin Moin zusammen, hier ist der Trill. Und heute gibt es ein kleines Update-Video, weil CS hat neuen Content gebracht. I shit you not. Und zwar Riptide. Die Operation Riptide ist vorbei. Deswegen Riptide. Und wir haben tatsächlich neuen Content bekommen. Beziehungsweise uns wurde Content genommen. In Form von den Operation Riptide Maps. Basalt, Ravine, Extraction & Surgeon 2 und County sind aus den Map-Pools raus. Aber wir haben sechs neue Maps bekommen. Zwei neue Maps fürs Matchmaking und Casual. Zwei neue Maps im Wingman und sogar zwei neue Maps für die Danger Zone. Das freut Felix und mich enorm. Und im heutigen Video werde ich, zusammen mit euch, mir die Maps zum ersten Mal angucken. Ich habe noch nichts dazu gesehen. Also ich gehe jetzt auch gleich zum ersten Mal auf diese Maps. Und ihr könnt mit diesem Video danach vielleicht entscheiden, ob das für euch ein Grund ist, mal wieder in CS reinzuschauen. Ob das der neue Content ist, wo dann der ein oder andere von euch vielleicht sagt, der jetzt auch zuletzt CS ein bisschen den Rücken gekehrt hat. Und yo, das sieht doch alles ganz geil aus. Da kann man mal wieder ein bisschen in CS reingehen. Denn wir haben neuen Content. Ich finde es sehr, sehr geil. Ich freue mich da sehr drüber. Ich habe da nicht mit gerechnet. Und zwar werden wir, glaube ich, mit den Matchmaking Maps anfangen. Also statt in Surgeon 2 und Basalt haben wir zwei neue Maps bekommen, nämlich Iris und Climb. Im Wingman heißen die beiden neuen Maps Kreed, Kreta zu Deutsch. Die andere heißt Hive. Und in der Danger Zone haben wir die Map Ember und Vineyard. Vineyard ist von T-Rexer, der damals schon die Schneemap gebaut hat in der Danger Zone. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Die hatte Felix auf jeden Fall schon mal geplaytestet. Und die werden wir auch demnächst im Stream auf jeden Fall spielen. Und heute Abend im Stream könnt ihr auch fest davon ausgehen, dass wir ab 20 Uhr hier reingehen und Climb und Iris im Matchmaking spielen. Ich labere nicht weiter drum rum. Wir gehen rein. Offline with Bots. Und wir laufen einfach mal die Maps durch. Natürlich kann ich euch jetzt noch keine deepen Insights geben, wie die sich spielen und so. Aber erster Eindruck zu den Maps, wie die Optics aussehen, wie das Map-Layout aussieht. Wir gehen rein in Iris. Okay, wir sind auf Iris. Ich habe nebenbei mal den Steam-Community-Workshop-Link aufgemacht. Die Map ist gebaut von Bob Cass und Oliver und hat eine sehr kurze Beschreibung tatsächlich nur. Und zwar Also ein kleines Dörfchen aus den 1950ern ungefähr. Das groß geworden ist wegen der Automobilindustrie hier. Wir haben hier ein paar neue Models. Das gefällt mir erstmal ganz gut. Ja, sieht eigentlich relativ clean aus. Erinnert mich im ersten Mal ein bisschen an Abbey, weil Abbey hatte auch überall so niedrige Gebäude. Mal gucken, ob wir hier offene Skyboxen haben. Ne, haben wir leider nicht. Lauf die einfach mal durch. Hier Richtung A-Spot. Ja, wie sich das spielen wird, wird man sehen. Also hast du natürlich Den Zugang für die T's. Alle müssen hier durchpushen. Du hast gefühlt, als T hier einige Winkel, die du halten kannst. Ah ne, du kannst auch als T hier rein. Und von hier flanken. Das ist wahrscheinlich ein super starker AWP-Engel. Oder auch Autosniper kann hier richtig ekelhaft werden. Also erster Eindruck. Werden wir dann im Matchmaking sehen, ob das so ist. Das ist schwer zu halten für die, äh, oder schwer einzunehmen für die T's. Das ist mein erster Eindruck. Hier hinten geht es dann weiter Richtung CT-Spawn. Der erinnert mich an Train, oder? So ein bisschen Train-Spawn mit den, mit den Trucks hier. Okay. Gehen wir mal hier lang Richtung Mitte. Hier gibt es einen Schacht. Ach du Heiliger. Ja. Okay, sag ja, hier Mid-Century, 50er-Jahre-Tapete. Ein paar Skilljumps haben wir auch. Aha, aha. Okay, das ist aber wild. Du kannst also als T in die Mitte reinpushen. Und kannst von hier oben einen Winkel auf die T's haben. Das ist, das ist natürlich krank. Gut, du kannst als T dann hier einen Molly reinwerfen hier oben. Da bin ich aber sehr gespannt, wie sich das spielen lässt. Aber du hast dann hier zwei Ebenen, auf die du achten musst als T. Oh, guck mal hier so ein schönes Barbershop-Teil. Da sind wir auch nochmal in so einer kleinen Werkstatt drin. Und gehen jetzt vom T-Spawn nochmal Richtung B. Kann man sogar auch eine alternative Route nehmen. Also rein optisch, was die Model und so weiter angeht, ist jetzt nicht sonderlich viel los. Das Geländer hier kenne ich noch nicht. Ansonsten Standard-Texturen und Standard-Blöcke, würde ich sagen. Aber die Map ist sehr clean, das gefällt mir. Es ist nicht zu viel Kram, da überall rumliegt. Ich denke, die Visibility wird ganz gut sein, auch mit den neuen Models. Da mache ich mir keine Sorgen. Ja, also erster Eindruck. Sieht nach einer ganz coolen CS-Map aus. Also ich freue mich, die zu spielen. Oh, guck mal hier, ein dickes Musclecar. Have you seen this man? Der sieht aus wie Röder. Sieht aus wie ein Impala, kann das sein? Wisst ihr, was für ein Supernatural-Impala hat der? Oder was meint ihr, was ist das für einer? Ja, das ist Iris. Also, erster Eindruck ist erstmal nicht verkehrt. Ist eine Map, die ich jetzt das erstmal durchlaufe und sage, da freue ich mich drauf, die zu spielen. Bin gespannt. Werdet ihr heute Abend im Stream sehen. Jetzt sind wir auf der zweiten Matchmaking-Map. Die heißt Climb. Die ist gebaut von RZL, Squizky und Coach J. Und die Beschreibung ist, due to a recent price increase at the local climbing gym, the terrorists are not too happy. They have subsequently taken desperate measures to be hurt. By breaking in and taking two members of the management hostage, they hope to see the price. Also, es ist eine Hostage-Map sogar, das war mir auch nicht bewusst. Die drei Leute, die die Map gebaut haben, ich weiß nicht, wo die herkamen, aber ich habe einen Tweet gesehen vom Coach J, der die Map zusammen mit Squizky und ASL gebaut hat. Der hat einen Tweet rausgehauen und hat gesagt, er ist unglaublich dankbar dafür, dass seine Map ins Spiel gekommen ist, weil das sein Leben verändern wird. Die Mapper, die eine Map ins Game bekommen, kriegen da auch eine ordentliche Summe für. Ich kann euch nicht genau sagen, wie viel das ist. Ich meine, ich hätte da mal ein Interview gesehen. Ich vermute es irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Euro, die du als Mapper für so ein Projekt bekommst. Was für jemanden, der vielleicht irgendwo dachte ich gerade, ich hätte Brasilien gesehen, vielleicht bin ich da auch komplett daneben, natürlich nur Summe sein kann, die life-changing ist. Also, das freut mich dann natürlich, dass das dann eine Map geworden ist, wo jemand das Geld auch wirklich gebrauchen kann. Es ist eine Hostage-Map. Wir werden die auf jeden Fall antesten. Schön sieht die im ersten Moment aus. Erinnert mich ein bisschen an den Mapping-Stil von Catfood. Die hat ein bisschen was von der... Wir hatten mal eine Map, die war auch in so einem Gym drin. Wie hieß die denn nochmal? Workout. CS Workout. Und ein bisschen was von Engage hat die auch. Ich finde, das sind so Texturen, die Catfood auch nehmen würde. Aber hier eine Kletterwand ist ganz geil. Also Hostages hier im T-Spawn. Eine hockt hier. Die andere ein bisschen weiter hier drüben. Wenn ihr mal auf das Radar achtet, die sieht relativ klein aus, die Map. Bei einer Map die kleinen Pies würde ich vermuten, dass man auch mehrere Ebenen hat. Aber schönes Design, oder? Hier die Bar mit der indirekten Beleuchtung hier. Das finde ich sick. Also schön sieht die aus. Hostage-Map ist halt immer so ein Ding, ne? Muss man mögen. Ach du Heiliger. Ja. Es gab wenige Hostage-Maps, wo ich gesagt habe, die habe ich gern gespielt. Die letzte war aus der vorletzten Operation. Ich habe den Namen leider vergessen. Die haben wir relativ oft gespielt. Das war die Map, wo du durch so ein Museum gerannt bist. Da hatte ich mal den russischen Mate bei mir im Solo-Q-Matchmaking. Der Panzerkraftwagen und sowas die ganze Zeit reingeschrieben hat. Ich habe den Namen gerade vergessen. Also schön ist die, oder? Also optisch finde ich, ist die ein absoluter Banger. Hier noch mit einem kleinen Fußballfeld. Sehr hoch. Wäre natürlich geil, wenn das hier alles leitern wäre und du da hochklettern könntest. Aber das wäre wahrscheinlich zu viel Troll. Und der Bereich, der umkämpft ist, wird dann wahrscheinlich der sein. Ich gehe mal davon aus, dass du hier hochboosten kannst. Die kann man mit Noclip hoch. Oder? Doch, mit einem zweimal Boost sollte man hier eigentlich hochkommen. Dann wäre man hier. Kann den Bereich aber auch von hier erreichen. Ein kleiner Kickertisch. Andersrum boosten wird wahrscheinlich auch gehen. Und das wird dann wahrscheinlich der Hauptbereich sein, wo gekämpft wird. Kann man da hoch? Kommt man irgendwie hier hoch? Man kann hier drauf laufen. Ich glaube, dass das ein... Ne, das ist die Skybox hier oben. Hier kann man nicht drauf laufen. Wie sieht es hier mit dem Balkon aus? Den kann man auch erreichen. Okay. Also als CT musst du echt richtig, richtig tief hier reinpushen, um an die Hostage zu kommen. Du hast sehr viele kleine Durchgänge, die du einnehmen musst. Als T dafür gar nicht mal so viele Winkel, wo du drin shiften kannst. Aber diese kleinen Doorways machen mir ein bisschen Sorge, dass das auf der CT-Seite, genauso wie auf Office, so ein 3 zu 12 Ding ist, wo du froh bist, wenn du auf der CT-Seite drei Runden holst. Also ich finde wieder so viele enge Durchgänge, das ist, glaube ich, eher eine T-Map, ohne die jetzt vorher gespielt zu haben. Man wird sehen, wie die sich spielt. Wir werden es auch heute Abend im Streamer austesten. Wenn ihr Bock habt, schaut da gerne vorbei. Ab 20 Uhr gehen wir rein. Rein optisch macht die einiges her. Wie die sich spielen lässt, werden wir heute Abend sehen. Aber kriegt auch erstmal von mir einen Daumen nach oben. Erster Eindruck ist ganz gut. Dann kommen wir jetzt zur ersten von zwei Wingman-Maps. Die Map heißt Crete. Das ist die griechische Insel Kreta, die hier nachgebaut ist. Von dem Mapper Quoting. Die Beschreibung ist A peaceful summer day on a quiet Greek island becomes the backdrop for a close quarters defused scenario. This map supports defused demolition, arms race, deathmatch and wingman. Die hat im Workshop gar nicht mal so viele Besucher gehabt und nur 67 Favorites. Das ist tatsächlich gar nicht so überaus viel. Liegt vielleicht auch daran, dass es eine Wingman-Map ist. Ich war tatsächlich mal auf Kreta 2008 mit meiner Family. War ein sehr schöner Urlaub. Also Kreta kann ich absolut empfehlen. Ja. Das ist der A-Spot hier vorne. Den man dann verteidigen oder einnehmen muss. Landzone ist um dieses kleine... Was ist denn? Silo ist das nicht. Was ist denn das? So ein Hoi-Storage oder so? Oder ne, ein Hühnerstall wird das wahrscheinlich sein. Da könnte ein Hühnchen drin sein. Ja. Das ist aber sehr viele Winkel, auf die du achten musst. Kann ich echt noch überhaupt keine... Sorry. Noch überhaupt keine Einschätzung zu geben, ob das wohl CT oder T-lastig ist. Kannst aber da hochboosten. Das ist ein Gang, von dem man kommen kann. Bin mal gespannt, ob man... Ja, hast hier die kleinen Schießschaden. Von wo aus du auch nochmal Richtung Spot gucken kannst. Und da sind wir schon im T-Spawn. Also du hast drei Durchgänge auf dem Spot. Hier einmal die Mitte, da sind wir gerade lang gegangen. Dann haben wir hier den langen Gang, wo du frühestens... Oh, hier wahrscheinlich immer einen Kontakt hast. Da sind aber echt viele Winkel, auf die du achten musst. Weil wenn ich den Winkel checken will, muss ich erstmal hier rum, das clearen. Da wahrscheinlich. Und wenn ich dann hier gucken möchte, ob hier einer Spawn steht, muss ich hier Whiteswingen. Außer ich gehe halt direkt hier rum. Da wird man wahrscheinlich gucken, dass man hier was absmoket oder abmaulit. Weil du kannst nicht das und das beides checken. Wenn du hier stehst, kannst du es von beiden Seiten kassieren. Ist relativ schlicht aufgemacht, finde ich, die Map. Mit den Inseln da hinten. Aber manchmal brauchst du ja gar nicht viel. Dafür wird die Performance wahrscheinlich ganz gut auf der Map sein. Ist aber eine süße kleine Map, finde ich, für Swingman. Wir gehen jetzt nochmal hier in die andere Richtung. Und hier kommt man auch nochmal in die Mitte. Und hat dann hier den Drop, um von der Seite zu kommen. Bin mir aber sicher, hier wirst du auch hochboosten können. Also wenn du als CT-Agressiv-Spiel willst, kannst du hier dein Mate hochboosten. Das ist dann der Spot. Sehr kleine Wingman-Map. Also ich finde auch für eine Wingman-Map fühlt die sich sehr, sehr klein an. Aber ist auch wieder neuer Content. Ich freue mich über jede neue Map, die wir ins Spiel bekommen. Ich freue mich darauf, die heute Abend im Stream anzutesten. Und da werden wir mal schauen, ob die wohl eher CT- oder T-lastig ist. Kann ich jetzt gar nicht so richtig einschätzen. Ich finde, der Spot ist relativ offen. Die zweite Wingman-Map heißt Hive. Ist gebaut von den Mappern Yakuza, Lizard und Celery. Und hat eine unglaublich lange Beschreibung im Workshop. Ich gehe das jetzt mal stichpunktartig für euch durch. Wingman-Map set in Beast Research Facility. Da ist die ganze Beschreibung. Eine Research Facility für Bienen. Sieht man hier auch nochmal schön. Wir laufen hier auch wieder durch. Ist natürlich eine Wingman-Map. Ist relativ klein. Den Gang werde ich jetzt schon hassen. Sage ich euch direkt, wie es ist. Erinnert mich direkt an DE-Train 8000 Winkel. Wo man shiften kann. Man kann sich hier komplett hinter verstecken. Also den Gang einnehmen als Attacker wird eine Katastrophe, glaube ich. Weil die Piller so riesig sind. Aber wir schauen uns erstmal den Spot an. Ai, ai, ai. Die sieht aber fett aus. Boah. Okay, die gefällt mir optisch aber mega. Also was die Models und Texturen angeben, würde ich sagen, das ist die schönste, die ich hier heute gesehen habe bislang. Auch mit einem dicken Hive-Logo da oben. Okay, die ist ein Banger. Okay. Hier ist dann der CT-Spawn. Boah, das sieht schon fett aus, oder? Das da gefällt mir auch. Diese Mooswand ist richtig geil. Okay, also hier muss man die Bombe legen. Man kommt von hier, hier und hier. Als CT kannst du natürlich auf den Spot shiften. Du kannst hier den Winkel up-aimen. Ja. Also relativ. Klassisches Ding für so eine Wingman-Map. Hier kann man in der Mitte auch nochmal so ein paar Faxen machen. Wenn du hier als T rumkommst, musst du aber aufpassen, dass da keiner hinter steht. Das sehe ich auch. Relativ, relativ tricky, das glaube ich einzunehmen. Kannst von hier pieken. Kannst von hier. Ne, kannst nicht pieken, da fällst du runter. Aber das ist, glaube ich, als T gar nicht so leicht, da drauf zu kommen. Ich meine, du kannst immer zu zweit gehen. Hast hier höchstens einen Gegner in der Regel. Macht aber optisch einiges her. Also schön ist sie auf jeden Fall. Wir werden sehen, wie sie spielen lässt. Aber optisch, auch hier mit dem, siehst du aber so die Lichtbeams so ein bisschen runterkommen. Die ist richtig, richtig schön. Der Spot ist ein absoluter Bänger. Wie geil ist das denn? Die ist ja so schön, die Map. Also da freue ich mich auch mal wieder auf ein paar Wingmans, wenn man die spielen kann hier. Ich finde aber, es ist unheimlich schwer, glaube ich, als T die Bombe zu legen, während noch CTs legen. Also die CTs, die werden ja immer offensiv fighten. Also ich denke, das ist eine Map, wo nicht oft die Bombe gelegt wird. Außer die CTs pushen halt durch und versuchen Backstep. Aber gefühlt kannst du erst hier die Bombe legen, wenn alle CTs tot sind. Boah, die sieht aber fett aus. Okay, auf die freue ich mich auch. Das war die zweite Wingman-Map. Das ist Hive. Kriegt von mir bislang optisch den Siegerpokal bislang. Könnt ihr auch mal eure Meinung reinschreiben. Aber das sieht doch ultra fett aus hier, oder nicht? Okay, machen wir weiter mit den Danger Zone-Maps. Die erste Map ist Vineyard. Da sind einige Mapper dran beteiligt gewesen. Ich dachte, das wäre nur die Map von T-Rexer. Aber mit dabei im Workshop stehen noch Andy, Squitsky, Hazelhoff, Slimac, Zeti, Quoting und Lix. Also da waren einige Leute dran beteiligt. Wahrscheinlich auch an den Props, die hier gebaut sind. Map-Beschreibung ist... Die werde ich natürlich jetzt nicht mit euch im Detail durchlaufen, weil die sehr groß ist, die Map. Ist aber auf jeden Fall auch wieder ein Setting, was mir gefällt. Oh, das sieht fett aus. Das sieht fett aus. Also die letzte Map von T-Rexer. Mir fällt der Name, wie gesagt, nicht ein. Die Schneemap. Ich denke die ganze Zeit an irgendwas mit Snow und Eis, aber ich komme nicht drauf. Die haben wir, ja, so medium gern gespielt. Ich fand, die Häuser waren oft zu groß und es wurde da ein bisschen viel rumgeschiftet. Hier sind auch wieder relativ große Häuser, aber das Setting gefällt mir deutlich besser. Mal hier mit der zerbrochenen Brücke und so. Die sieht schon sick aus. Ich glaube, Visibility wird auch ganz gut sein im Vergleich zu Blackside, weil die gefühlt ein bisschen heller ist. Bei hier, wenn da einer mit einer AWP steht. Boah, die sieht aber auch geil aus, ey. Mit den Weinreben. Also Gameplay kann ich euch hier jetzt natürlich noch keine Einschätzung geben. Das ist halt Danger Zone, ne? Da können wir halt rumfliegen wie die Bescheuerten. Performance wird eventuell ein Thema sein. Hier mit so einem alten Amphitheater, auch im Ruinstil. Boah. Okay, die sieht richtig, richtig fett aus. Ich freue mich drauf, die zu spielen. Typische Danger Zone Gebäude, alle relativ groß und offen. Kann man auch nochmal hoch. Werden dann auch überall Drops liegen. Ey, ich freue mich sehr. Hier dieses kleine Feld auch mit den Dingern hier. Mit den Heuballen. Die sieht sehr, sehr schön aus. Auf die freue ich mich auch. Zwei. Wir kriegen direkt zwei neue Maps in der Danger Zone, Felix und ich. Also der Danger Zone Grind, der wird wieder starten. Da könnt ihr euch sicher sein. Hier haben wir sogar so ein kleines Dorf, so ein kleines Städtchen. Mit mehreren Gebäuden. Man kann aber... Doch, hier kann man auch rein. Eine kleine Kirche oder eine Kapelle. Optisch ist die fett. Sehr, sehr fett. Gefühlt im Vergleich zu anderen Danger Zone Maps sehr viele Gebäude. Also wenn ich die jetzt spielen würde, ich würde glaube ich nicht hier in dem Bereich rumrennen. Weil du ja auch hier oben drauf springen kannst. Kann man? Ja, kann man mit Sicherheit. Ja, das ist Danger Zone. Also mit den Jump Pads kannst du hier überall hinfliegen. Das heißt, wenn du hier irgendwo offen rumrennst. Du hast so viele Winkel. High Ground, die dich naschen können. Kann man hier vielleicht sogar auch auf dem Baum drauf. Geht auch. Oh mein Gott. Und du kannst mit dem Bouncepad hier hochfliegen. Das ist ekelhaft. Also da müssen wir vielleicht nochmal was machen. Ich sehe das schon kommen. Das wird die erste Challenge auf dieser Map sein. Mit Felix. Wir fliegen in so einen Baum rein. Shiften hier in der Baumkrone. Uns kann von unten keiner sehen. Beziehungsweise die Leute werden es auch gar nicht raffen, dass man da drin hocken kann. Gucken wir mal, ob das bei dem hier auch geht. Bei dem Kollegen. Aui. Wahrscheinlich nur hier in der Mitte, oder? Ja. Hier könnte man stehen. Gut, das rafft man dann. Bin sehr gespannt. Gefühlt sind es sehr viele Gebäude, wo du draufstehen kannst. Ja, guck mal. Wenn du hier offen rumrennst, du musst da drauf aufpassen. Da drauf. Auf die ganzen Bäume. Hier kann man sich hinhocken. Ist dann wieder safe. Also das wird, glaube ich. Das ist mein erster Eindruck. Vielleicht ist es nicht richtig. Und wir werden es anders sehen. Eine Shifter-Map. Hier wird doch krank geschifftet die ganze Zeit auf irgendwelchen Gebäuden oder Häusern. Untergrund haben wir hier sogar auch noch. Aber rein optisch Banger. Absoluter, absoluter Banger. Ich freue mich drauf, die wieder kennenzulernen und die zu spielen. Bin sehr gespannt. Geil. Womit wir auch schon bei der letzten Map heute wären. Und zwar die zweite Danger Zone Map. Die heißt Ember. Das heißt Glut. Ist Ember die richtige Übersetzung? Oder, nee, Funk ist es nicht. Glut, würde ich sagen. Die ist gebaut von Jim Wood und Tanuki Suit. Beschreibung der Map ist, Danger Zone makes a grand return. This time in a once beautiful Portuguese island, which has seen better days. Also eine portugiesische Insel, die mal bessere Zeiten gesehen hat. Denn hier ist offensichtlich irgendwann mal ein Vulkan ausgebrochen. Vielleicht. Denn wir haben hier einen Lavafluss in der Mitte der Map. Die ist sehr düster. Ihr wisst ja, ich bin ein riesen Fan von hellen Maps. Guck mal hier, sogar mit so einem Geysir kannst du es nicht sagen. Aber hier kommt irgendein heißes Gas. Oder Wasserdampf aus dem Boden raus. Das wäre witzig, wenn der Schaden macht. Ich warte nochmal drauf, dass es gleich rauskommt. Aber sehr, sehr düstere Setting. Visibility wird, glaube ich, ein großes Thema sein. Wobei die Danger Zone Model, die sind ja alle in den orangenen Outfits. Wollte gerade sagen, wenn hier einer mit dem C-T-Model steht, den siehst du ja gar nicht. Trotzdem wird Visibility eventuell tricky sein, weil mit dem orangenen Model bist du vielleicht gerade hier vor der Lava ganz gut getarnt. Hier kommt nochmal das Ding hoch. Wir gucken mal, das macht tatsächlich Schaden. Was? Das haut einen hoch. Ey! Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist das denn? Da kannst du dir einfach ein Bounce-Patch sparen, weil das Ding dich hochjätet. Was passiert, wenn man da einfach drauf rennt? Wir warten nochmal drauf, dass das gleich kommt. Äh, weiß ich aber gerade noch. Jetzt ist es da. Junge, das ist ja die Ultra-Trap! Das ist ja die Monster-Trap! Oh mein Gott, ich hoffe, das passiert mal in einer der Runden von Felix und mir. Irgendein Bot läuft da drauf und verreckt einfach. Okay, aber cooles, cooles Gimmick, das finde ich geil. So ein verspielter Scheiß, das wird einige Leute tilten. Gerade in der Anfangszeit, Leute denken, was ist das, laufen drauf und denen passiert das, was mir gerade passiert ist. Das ist aber geil. Äh, ja wie gesagt, sehr düstere Map. Ich bin eher ein Fan von hellen, freundlichen Maps. Äh, weil ich ein bisschen depressiv werde, wenn ich das hier sehe. Aber scheint mal ein ganz anderes Konzept zu sein. Wenn wir mal testen, ob die Lava Schaden macht. Ich vermute ja. Ja, es macht tatsächlich Schaden, wenn man sich da drauf stellt. Auch cool. Also sehr kreative Ideen, wo ich gerade überrascht darüber bin, dass Welf das zulässt. Weil das ist natürlich beides so ein bisschen trollig. Das finde ich aber cool, dass Welf da auch offen für ist und mal ein paar neue Sachen, ein paar neue Ansätze zulässt. Dann haben wir natürlich wieder die obligatorischen Gebäude überall. Hier ist nochmal so. Und ich sage jetzt einfach Geysir, weil ich nicht weiß, wie ich das sonst nennen würde hier. Wir nennen es einfach mal Geysir. Hier ist auch einer. Hier auch. Also da sind einige auf der ganzen Map verteilt. Wahrscheinlich gibt es hier noch ein paar mehr Specials, wenn das schon so losgeht. Also das ist, die ist ganz anders als all das, was wir bislang in der Danger Zone gesehen haben. Da ist auch nochmal einer. Ich vermute mal, dass sie auch einen Untergrund haben wird, die Map. Hier haben wir auch so ein altes, eine alte Burg. Ansonsten, was die Texturen und so angeht, im Vergleich zur Hive gerade zum Beispiel, eher ein bisschen altbacken aus. Also es könnte auch CSS sein. Aber in der Danger Zone ist die Performance natürlich auch immer ein großes Thema. Deswegen kannst du da nicht so viele Custom Models und so reinklatschen. Ansonsten, im Vergleich zu der Map gerade, ist sie relativ offen. Liegt auch daran, dass die Bäume natürlich alle kahl sind. Ja. Also spielerisch würde ich jetzt Stand 1 sagen, dass ich mich mehr auf Weinyard freue. Aber ich bin sehr gespannt, die hier auszuprobieren. Und ich bin unglaublich. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin, dass wir direkt zwei neue Danger Zone Maps haben. Da freue ich mich sehr drüber. Hier haben wir ein brennendes Auto, wird garantiert auch Schaden machen. Macht es tatsächlich. Und hier haben wir auch nochmal so eine kleine Kirche. Oder Kapelle. Und ich werde noch einmal gucken, ob wir hier vielleicht auch einen Untergrund haben. Haben wir. Wie kommt man denn da rein? Ah ja, von hier unten kann man rein. Ja, also so eine kleine Mine hier im Untergrund. Oder ist sogar relativ groß. Oh, God damn. Der ist ja richtig groß. Und hier kommt man rein, auch durch so eine kleine Höhle. Also Untergrund kann auch ordentlich beschiftet werden. Das ist die zweite Danger Zone Map Ember. Sehr coole, kreative neue Ansätze. Finde ich ein spannendes Thema. Und ich freue mich auch darauf, die zu spielen. Fazit also von mir zu diesen sechs Maps. Ich freue mich drauf. Die Matchmaking Map sieht sehr cool aus. Die Wingman Maps sehen beide ziemlich cool aus. Danger Zone Maps freut mich sowieso über alles, was neu kommt. Da empfehle ich es nicht wieder richtig, einen Grund hier rein zu grinden. Und overall bin ich einfach glücklich, dass wir neuen Content in Form von Maps haben. Weil das das ist, was mir und den anderen Jungs bei uns die Langzeit Motivation gibt. Weil normales Matchmaking nach den Operations ist immer so, du hast die Maps alle. Es kommt ja so wenig Neues, was dann auch mal länger im Spiel ist. Du hast alle schon hundertfach gespielt. Und das, was wirklich immer refreshing ist, wenn du ins Game reinkommst und du hast irgendeinen neuen Game Mode wie Danger Zone oder halt neue Maps. Deswegen bin ich da sehr glücklich. Drüber ist jetzt kein riesen Update. Wir haben keine neuen Kisten oder sonst was bekommen. Aber sechs neue Maps auf einen Schlag einfach mal so random rausgehauen ohne große Ankündigung. Finde ich sehr, sehr cool. Ich freue mich darauf. Lasst mich gerne wissen, was ihr zu den Maps sagt. Vielleicht hat der eine oder andere die ja schon gespielt und kann ein paar Tipps geben oder erste Eindrücke schildern. Ich freue mich drauf. Werden wir heute Abend ab 20 Uhr im Stream spielen. Wir fangen heute um 15 Uhr mit Valorant an. 19 Uhr Trackmania Cup of the Day. 20 Uhr gehen wir in CS rein, wenn ihr live dabei sein wollt. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde mich über Kommentar und Bewertung freuen. Und wir sehen uns heute Abend dann vielleicht im Livestream. Ansonsten morgen mit dem nächsten CS-Video. Macht's gut. Schweine Aime. Schweine Aime. Failing here and there, they've got no shame. They're so bad, but somehow win the game. They are team Schweine Aime. Schweine Aime. Schweine Aime. Vielen Dank.